So und damit ganz herzlich willkommen zur inzwischen 35. Folge oder auf jeden Fall in dem Bereich Minecraft Metro 2.0. Wir sind mal wieder zurück in Heimbach und links von uns düst eine S-Bahn vorbei. Jedenfalls habe ich seit der letzten Folge wieder mal weitergebaut, so wie immer natürlich und habe mir auch sehr viel Mühe gegeben, so viel wie möglich zu bauen bzw. das, was ich im Moment baue, auch hochqualitativ zu bauen. Denn in sehr vielen meiner Minecraft-Felden, die ich in der Vergangenheit gebaut habe, habe ich tatsächlich sehr, sehr viele strukturelle Fehler gemacht und dafür gesorgt, dass es nicht so schön aussieht. Das Ganze versuche ich natürlich jetzt hier in Heimbach auch für euch unter anderem viel besser zu machen. Und ja, es hat sich etwas getan. Sehr viel hat sich eigentlich getan. Ihr habt auf dem Discord gesehen, dass ich eine Siedlung bauen möchte bzw. ich habe mir einfach nur ein Stückchen Land markiert, auf das ich mich fokussieren möchte, wo ich Häuser bauen möchte, wo ich Infrastruktur anlegen möchte. Und damit ich das euch auch in einem Paket dann zeigen kann in den zukünftigen Videos, das ist nicht fertig geworden, denn ich habe ja davor noch etwas anderes versprochen, nämlich und zwar ein paar eurer Ideen in den Hauptbahnhof einzubringen. Und auf den Hauptbahnhof gehe ich heute auch drauf ein und da hat sich sehr, sehr viel verändert auch. Aber zuerst, bevor wir in diese wunderschöne Tram einsteigen, die uns dann zum Hauptbahnhof befördern wird, bzw. ich werde wohl eher zu Fuß zum Hauptbahnhof fliegen, wohl eher zu Fuß fliegen, wie auch immer man das sagen kann. Jedenfalls hier ist dieser Bereich. Ihr werdet ihn bestimmt erkennen. Ich gehe einmal kurz nach oben, damit ihr das besser seht. Und da waren noch ein paar Kleinigkeiten, ein paar Minen und ein paar Bäume, die habe ich jetzt tatsächlich geändert, bzw. die habe ich jetzt entfernt. Jetzt befindet sich hier ein bisschen mehr Infrastruktur, unter anderem dieses Haus, was ich ja in meinem neuen Baustil gebaut habe. Und was jetzt deutlich schöner aussieht als die ganzen anderen Häuser, die ich hier am Anfang gebaut habe, das habe ich hier so ein bisschen integriert. Dann habe ich diesen Häusern, die hier bereits standen, ein paar Gärten verpasst. Die wunderschönen Steinwege aus der Mr. Furniture Mod. Da habe ich die Steinwege von genommen, sonst einfach nur ein paar Farmen. Und hier, dieses Haus hat einen Pool. Das ist ein etwas weiter abgehobenes Haus. Dann natürlich wieder der Grill aus der Mod. Ein Tisch und ein Trampolin. Der Trampolin ist, glaube ich, das Highlight von dieser Mod. Dann hier noch ein etwas entspannterer Garten, auch mit ein paar Steinwegen. Eine Gelegenheit zum Sitzen unter dem Baum, falls die Sonne scheint. Und eine Feuerstelle. Und hier auch zwei Gärten bei dem Haus zum Beispiel. Und genau, sonst gibt es hier einen Spielplatz, den habe ich auch gebaut. Das habe ich einfach aus dem Internet abgebaut. Das habe ich nicht selber erfunden. Ein Sandkasten mit ein paar Kästen drin. Steinwege, Gelegenheit zum Sitzen und ein riesiges Trampolin. Ein Highlight auf jeden Fall für die Kinder, die dann in dieser Stadt leben werden. Und tatsächlich ist mir eine geile Sache aufgefallen, die es in dieser Mod gibt. Die ich euch unbedingt in diesem Video zeigen wollte. Denn es gibt Briefkästen. Einmal den öffentlichen Briefkasten und einmal den Briefkasten, den man vor jeder Haustür platziert. Wenn ein Spieler diesen Briefkasten platziert, kann er einen Rechtsklick drauf machen. Der Name wird dann, das ist mein Nutzername in dem Fall, der Name vom Spieler taucht dann hier auf. Und hier kann man die Adresse eingeben. Und wenn man dann an einen öffentlichen Briefkasten geht, die habe ich schon überall zufällig über die Stadt verteilt. An wichtigen Punkten, wie an der Stadtmitte oder am Hauptbahnhof stehen die schon. Da macht man einen Rechtsklick drauf. Und dann kann man in dem Fall jetzt die Mailbox, die ich gerade ausgewählt habe, anklicken. Und dann etwas verschicken. Beziehungsweise hier machen wir dann die Post rein. Da kann man das verschicken. Und dann landet die Post auch in dem Briefkasten, was ich sehr, sehr nice finde. Und da freue ich mich natürlich umso mehr drauf, dass der Server dann endlich online geht. Sobald ich die richtigen Assets dafür habe und mich bereit dazu fühle, dann wird es auf jeden Fall einen Server geben. Und da wird diese Post sehr, sehr praktisch werden. Genau. Sonst habe ich hier eine weitere Straße gemacht. Ein Dead End, eine Sackgasse, so wie auch häufig in deutschen Dörfern vorhanden ist. Das war mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Hier werde ich alles mit Häusern zubauen, damit es dann am Ende so ein bisschen aussieht, als wäre diese Straßenbahn- bzw. Tramlinie integriert gewesen. Und für die Leute, die es noch genau wissen, hier war mal eine Wendeschleife. Denn Egidientorplatz war mal eine Endhaltestelle der Linie 10. Ebenfalls habe ich auch hier diese Kurve so ein bisschen angepasst. Die war ja vorher ohne diesen zwei Zwischenrail-Nodes. Und da kamen die Kurven, die schienen sehr nah aneinander. Ich weiß nicht, warum das so ist, wenn man eine S-Kurve baut. Jedenfalls hat mir das nicht gefallen. Deswegen habe ich das geändert. Und jetzt sieht das deutlich schöner aus und ist viel besser integriert. Genau, ich habe an diesem Bereich gearbeitet. Und jetzt begebe ich mich mal zum Hauptbahnhof. Und genau. Da hat sich jetzt auch nämlich was verändert. Und zwar habt ihr alle bestimmt mitbekommen, dass es in der neuesten Preview Fahrstühle ergänzt wurden. Und einmal ganz kurz, hier sieht man, dass die Briefkästen schon rumstehen. Egidientorplatz 1, das ist übrigens der Hauptsitz. Das ist das weiße quadratische Gebäude am Egidientorplatz, direkt neben der U-Bahn-Station. Das ist der Hauptsitz von der Verkehrsbetriebe hier in Heinbach. So, hier hat sich weiterhin nichts verändert. Ich habe aber dafür folgendes gemacht. Ich habe die Fahrstühle eingebaut. Ja, ich weiß, hier ist etwas wenig Platz. Aber dafür, dass die Fahrstühle erst später kamen, habe ich sie so gut wie möglich integriert. Ich weiß, hier ist es echt eng. Und leider eignet sich es wirklich gar nicht mehr an, den Gang zu verbreitern. Vielleicht werde ich irgendwas tun in der Zukunft. Aber im Moment bin ich noch so zufrieden, wie es gerade ist. Und ich finde die Fahrstühle echt prima. Das ist wirklich eine Sache, die sehr, sehr lange gefehlt hat, hier in dieser Stadt. Wir können den Fahrstuhl rufen. Und Leute haben schon bestimmt gemerkt, dass es nicht nur nach oben, sondern auch nach unten geht. Und dazu komme ich gleich. Denn das ist das Highlight von diesem Video. Man drückt Y, um das Ganze auszuwählen. Und ich habe die Ebenen genauso benannt, wie im echten Leben. Einmal die Passarelle-Ebene, die ist unten. Die Passage, die ich euch versprochen habe, die ihr so vorgeschlagen habt, die werde ich euch gleich zeigen. Die Verteiler-Ebene, auf der wir uns gerade befinden. Und einmal die Bahnsteig-Ebene, zu der wir jetzt einmal fahren. Die Türen schließen und wir fahren hoch. Ich finde diese Fahrstühle echt sehr, sehr nice. Also damit werde ich noch sehr viel arbeiten können. Ihr habt ja auch schon tatsächlich die Screenshots auf meinem Discord-Server gesehen. Ich habe nämlich schon mehreren S-Bahnhöfen Fahrstühle verpasst. Und das Bild war vom Bahnhof Nordstadt. Genau. Da sind die Fahrstühle auf der Bahnsteig-Ebene. Die habe ich jetzt hierhin platziert. Hier standen früher Bänke für die Leute, die sich daran erinnern können. Hier waren Bänke und zwei Mülleimer. Und stattdessen befinden sich jetzt Fahrstühle. Das hat tatsächlich sehr, sehr gut gepasst. So. Und es hat einen guten Grund, warum ich jetzt diesen Fahrstuhl nach unten nehme. Denn ich zeige euch jetzt erstmal die Passarelle-Ebene. So. Wir fahren dann einmal runter. Skippen dabei einmal die Ebene dazwischen. Das ist die Bahnsteig-Ebene. Und befinden uns jetzt hier in der Passarelle. So. Das erste, was auffällt, hier ist noch nichts beleuchtet und nichts eingerichtet. Wundert euch nicht. Aber es gibt eine besondere Sache. Und zwar die Connection zur U-Bahn. Die von euch auch sehr stark gewünscht wurde. Wir gehen da einmal ganz kurz rein, damit ich euch zeigen kann, wie es sich verändert hat. Nämlich dazwischen jeweils hier und hier befinden sich jetzt wieder die Ein- und Ausgänge. Da geht es raus direkt zur Tram-Haltestelle Hauptbahnhof. Einmal kurz zur Orientierung. Das wäre einmal hier. Und da geht es dann rein in die Passage, die dann komplett unter dem Hauptbahnhof durchgeht, bis nach oben auf der anderen Seite. Das zeige ich euch jetzt gleich auch mal. Genau. Das heißt, man kann entweder direkt raus auf die Straße zur Tram oder man kann reingehen und so direkt zu den Zügen kommen, indem man folgendes macht. Man geht hier durch. Dann kommt man hier durch den Gang in diese Passage. Hier kommen Läden rein. Hier kommt Dekoration rein. Alles mögliche, so wie halt echte Passagen unter Bahnhöfen sind. Kiosks, Blumenläden, Bäckereien. Vielleicht kommt noch ein weiterer Supermarkt hier rein. Vielleicht ein richtiger Penny und kein Penny to go oder was anderes. Und dann gibt es die Fahrstühle. Die habe ich jetzt mit Schildern versehen, wohin es geht. Das ist auf Gleis 1 und 2, 3, 4, 5, 6, da fährt die S2, 7, 8, 9, 10. Das ist das Flughafengleis. Und ja, genau. So wird es auf jeden Fall dann aussehen. Und das hier werde ich noch anpassen. Keine Sorge, damit die Knöpfe auf jeden Fall vollständig zu sehen sind, wenn die Türen dann offen sind. So, und dann gibt es hier auch eine ganz schön krasse Besonderheit, wie ich finde. Die ist mir meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Ich weiß, Eigenglob stinkt, aber das ist die direkte Verbindung zur Haltestelle Hauptbahnhof Nord. Da gehen wir einmal auf die Bahnsteigebene. Wir fahren einmal hoch und wir befinden uns direkt auf dem Trambahnsteig der Linie 10 der Endstation. Der Haltestelle Hauptbahnhof Nord. Genau, da seht ihr die Fahrstühle auf der Verteilerebene. Und von hier kann man auch direkt in die Passage bzw. auch zu den Zügen. So, das ist die Wendeschleife der Linie 10. Das habt ihr schon gesehen. Der Bahnsteig ist deutlich breiter geworden. Aber eben genau, damit der Fahrstuhl hier genug Platz hat. Linie 10 sage ich schon. So, dann fahren wir einmal kurz wieder nach unten. Denn da gibt es noch eine ganz kleine Sache, die ich euch zeigen will. Eigentlich nichts Besonderes. Nämlich, die Passage geht flüssig zu Ende. Nämlich über eine Treppe. Denn viele Leute haben ja Claustrophobia. Platzangst muss man natürlich auch respektieren. Deswegen muss es da, wo es Fahrstühle gibt, auch Treppen geben. Genau, das ist die Treppe, die dann in die Passage reinführt. Die geht unter den Hauptbahnhof durch bis zur U-Bahn-Station. Und so hat der Hauptbahnhof auf jeden Fall noch ein weiteres wunderschönes Upgrade erhalten. Wenn dann natürlich jetzt demnächst die Läden reinkommen. Um die werde ich mich kümmern. Erst um die Läden hier oben. Da habt ihr auch schon ein paar Vorschläge unter den letzten Videos reingeschrieben. Wofür ich nochmal sehr dankbar bin. Ein Dankeschön dafür geht nochmal raus. Und ja, genau. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Und das ist das, was sich verändert hat. Tatsächlich etwas mehr diesmal. Ich freue mich sehr, mit diesen Fahrstühlen zu arbeiten in Zukunft. Und wenn ihr Ideen habt, schreibt sie gerne rein. Ich bin offen für alles. Ich werde auf jeden Fall versuchen, auf so viel wie möglich einzugehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.